Herzlich Willkommen bei uns an der Hochschule für Technik Rapperswil an der CISCO Networking Academy. Das ist ein Programm, das weltweit an über 10'000 Mittel- und Hochschulen von CISCO angeboten wird. Wir sind in der Schweiz die wahrscheinlich älteste und mittlerweile grösste Networking Academy und bei uns könnt ihr CCNA, CCMP oder CCI lernen können, die Prüfungsvorbereitungen zu machen. Vielleicht der grosse Unterschied zu anderen Kursen in diesem CISCO-Umfeld ist, dass ihr am Academy-Programm wirklich eine Grundausbildung bekommt. Also es ist nicht ein Weiterbildungskurs, wo man sich schnell schnell auf eine Prüfung vorbereitet, sondern es ist wirklich eine Grundlagenausbildung. Wir brauchen dafür auch doppelt so lange meistens, damit ihr auch genug Zeit habt im Labor. Das werdet ihr dann jetzt sehen, auch genug praktische Erfahrung können zusammenhalten. Hier ist das Laborraum für die Lehrgänge CCNA und CCMP. In unserer Akademie ist praktische Weiterbildung sehr wichtig und wir sind sehr gut ausgerüstet. Wir haben physische Geräte, wir haben eine virtuelle Umgebung, die die Studenten von Primoz zugreifen können oder auch in Präsenz im Unterricht verwenden können. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in unser Labor, in unsere Academy. Im folgenden Live-Seminar könnt ihr jetzt noch ein bisschen mehr erfahren zum konkreten Kurs. Ich hoffe, es haben alle eure Fragen beantwortet. Falls nicht, schickt ihr uns ein E-Mail oder kommt vorbei. Bis zum nächsten Mal.